Outro Ach, das wird rausgehen, wir nehmen die Schüsse einfach mit. Heißt du, wurde, ist aus, und ist... Nicht da lang! Es liegt da lang! Also ich habe mir gemerkt, wo es rausgeht! Sie stützt! Sie sind so Kadaver! Deno, wo bist du? Da waren zwei Leichen, oder nicht? Oder wurde Wettbewerb geschützt? Ob das sie nicht um die Ecke gegangen sind. Ja, und das hast du noch eine Schätze. Das ging klauen, der ist gegen. War ein bisschen anstrengend heute, aber es war ja nichts. Deno, wie bist du noch? Ich glaube, hier lang. Wo denn? Ich wollte gerade noch warnen, dass es auch Geschöße gibt. Wo denn? Hier? Hier, Koala. Hier kommen wir raus. Das Witzige ist bei dem Game, du musst später entscheiden, ob du überlebt hast als vielleicht letzter Mann und dann abreißt. Und dann halt die Leichen zurücklässt oder du lässt deine Kollegen zurück. Das ist jetzt schlecht, oder? Wo ist Benno? Das ist eine Frage. Lauf zweimal. Wow. Das ist ein richtig guter Loot, ey. Und jetzt? Ah, Wettbewerb und Benno sind tot. Wir können beide abhauen. Woher weißt du, dass beide tot sind? Weil ich den Triemann abhauen habe. Habt cheaten geil. Also nimm mal den Schlüssel, den Mausrad und irgendein großes Teil. Also eigentlich hätten sie das anders rausfinden müssen. Ich hab den Schlüssel auch noch. Ja, ich hab den Schlüssel auch noch. Was noch? So ein Teil? Ja, nimm mal die Finger. Dann gehen wir zurück zum Schiff. Okay. Das ist doch ein weiter Weg, ne? Wenn's nämlich Nacht wird, wird's auch noch schwieriger. Könnten andere Viecher kommen. Wo war das Schiff? Das müsste in der Richtung sein. Das muss auch passen. Bei einem Pächer ist jetzt hier ein Viehzeug. Was? Was uns nicht wohlgesonnen ist. War super. Aber... Wasserschiff. Waren wir wirklich hier? Ja, aber der Weg ist weit. Ja. Die beiden hören sich an wie so einer Tropfsteinhöhle. Ja. Hat's bei dir gerade gepiept? Können wir zum Autopilot? Können wir jetzt sagen, der soll abhauen? Gemein. Aber mit würden wir uns... Ey, du Affe. Wir schneiden's doch selber ins Bein, wenn wir dat machen. Die holen da jetzt richtig guten Loot raus. Ja. Wir haben schon ab Level 2 haben wir schon, ne? Unser Dienst erfüllt. Aber da waren wir doch vorher nicht, oder? Also du musst alle 3 Level, musst du deinen Schrott wegbringen. Die finden das Schiff doch eh nicht. Doch, die finden das. Da ist er doch. Da ist der Schiff. So, eigentlich könnten die jetzt mit dem Loot abhauen. Ich weiß nicht, wie gut es ist. Oh nein, oh nein, es ist ein Vieh hinter denen. Ich hör was. Hinter euch. Ich auch. Nein. Kletter, kletter. Geh rein, geh rein, geh rein, Koala. Geh rein, start das Schiff. Start das Schiff. Start das Schiff, Koala. Die hört dich doch nicht mehr. Los, ab, ja, rotet, rotet. Ah, geil. Ja, du kommst auch raus, du Scheißviewein. Geil. Oh, wie gemein. Und ich, wie blöd gerade. Oh man, hinter euch. Wesbo ist der faulste. Wesbo ist der faulste Angestellte. Geil. Bin ich doch immer. Schon seit 17 Jahren. Oh mein. Oh mein Verdammt. Ja, jetzt müssen wir nochmal was Gutes finden, ne? Also war ja richtig guter Loot, ey. Ja, jetzt müssen wir echt was Gutes finden. Ach ja, Benno hat ja alles auf... Äh, ne, wir haben alles verloren, ne? Ja. Scheiß. Okay, jetzt müssen wir 130 finden. Das wird schwierig. Noobs, schreibt Benno. Vor allem dieser Benno, ne? Nee, krass. Ja, weil wir gestorben sind. Oh je, oh je. Da liegt ein Schlüssel auf dem Boden. Guck mal hier. Ey, das ist doch der einzige Talud. 13, 13. Oh, Corlin, den hast du verloren, als du gestorben bist, glaube ich. Ja. Brauchen wir nach 127. Ach, vielleicht öffnet er ja auch ne gute Tür. Ja, ist mir bestimmt das Angst, dass da Hand gefallen. Ach so, soll ich das nehmen? Oh nein, hier sind Fliegeviecher. Nee. Den ist noch... Ja gut, wenn wir dann noch mal ne verschlossene Tür haben, vielleicht. Kreischer. Den kann man nicht mitnehmen, ja. Wenn wir sie töten, tun uns weh. Lass mal sammeln. Lass mal nicht schießen. Neu, neue Kreaturen gefunden. Stimme gewohnt, den Weg. Ja, aber die machen noch nichts. Ja, jetzt noch nicht. Wenn wir Loot haben, dann töten die uns. Ja. Komm mal runter. Ich glaube, der Dino ist nett. War denn deine Mutter, Claudia? Und der Ausweisung. Komm schon, guten Abend. Wie geht's dir? Schon wieder? Ach, Vorsicht, hier gibt's auch Minen, ne? Wenn ihr was piepen hört, die liegt auf dem Boden und explodiert beim drüber gehen. Ich muss es lernen, erst mal auszusprechen. Mann! Ich will als nächstes mal gucken. Ich will jetzt nicht an, dann geh ich halt alleine. Was soll's? Hello there. Ich glaube, ich habe eine Notausgang-Tür gefunden. Bella. Ich habe Ei. Also manche Fire-Axis töten dich. Okay. Warte mal, nochmal eine Blüte. Wirst du denn auswächst oder bleib ich jetzt da? Ah, nö. Kann man raus. Schaufeln. Ah, nö. Ja, Kestlin hat mir die Entfee geworfen. Hi. Hi. Guck mal, ich habe ein Ei. Das kann ich werfen, oder? Nicht unbedingt. Ist irgendwann 50-50. Boah, der ist schon wieder weg, oder? Eine Koala ist den anderen Weg gelaufen. Ich bring ihn mal raus. Bis gleich. Was? Das Ei tötet mich. Das wusste ich nicht. Scheiße. Wer geht denn davon aus, dass mich ein Ei töten kann? Oh, guck mal hier. Jo. Wesbo ist tot. Oh, okay. Dann ist da draußen irgendwas. Nee, der hat das Ei. Der hat das Ei getötet. What? Der hat das Überraschungsei aufgemacht. Ah, okay. Der hat ein Überraschungsei, das ist das Problem. Ich brauche mal die Sicherung, vielleicht haben wir ja mehr Licht irgendwo. Jo. Ich glaube, die nehmen mal ein Leiche mit. Xai, wie geht es dir? Alles gut? So. Alles drinnen, mal gucken. Ich höre irgendwas. Ich höre dich. Ich höre dich. Du musst nur jetzt mal den Ausgang finden, ja. Oh, Koala, hallo. Hi. Na, was hat dich erwischt? Keine Ahnung. Du hast keine Ahnung, okay. Irgendwas hat mit dem Licht gespielt. Okay, wir haben lange Raum gefunden. Dann habe ich kleines Fötchen gehört und bin tot. Ah, okay. Also das Licht war Kessler, der wollte die Sicherung reinmachen. Ich habe leider das Ei fallen lassen, das war tot. Ich habe eine Platte, Vorsicht. Ah, oh, fuck. Ich habe einen Schlüssel irgendwo gehabt. Aber die haben irgendwie auslösen, die Falle. Ich habe immer wieder aufgegessen. Was hat dich erwischt? Äh, wie gesagt, ich habe das Ei fallen lassen, ich war tot. Das ist wohl so ein Überraschungsei. Oh, ich glaube, die sterben jetzt gleich. Kann ich mich umgucken? Oh, ich kann mich umgucken, geil. Wüsste ich gar nicht. Ah, jao. Oh, man geht da ran. Okay. Vorsicht, nein, nein. Oh. Ich bin gerade wüsst, was das ist. Ich dachte, jetzt ist der Nuss ja filios. Die schocken sich selber. Geil. Irgendwo ist auch noch so eine Figur, die sieht aus wie ein Mann. Und wie war es das Ei? Aber nur mit so ganz dünnen Erbchen. Ah, okay. Oh nein. Oh nein, er kann ihn, glaube ich, noch rein, aber... Hier, Kesslin, Kesslin! Hier, komm ich! Der sieht nix. Ach, verbrüht. Hi, Kesslin. Hallo. Oh, das ist nix. Ähm, du kannst, glaube ich, das Ding aber noch runterschlagen mit einer Waffe, ne? Also das, was du auf dem Kopf hattest? Oh, ich weiß nicht. Kesslin, ich hab grad nix verstanden. Ja, aber wenn du ne Ding hast, ne Schaufel, den kann er anruf, den runterbeziehen. Ah, okay. Das sah aber witzig aus. Ja. Ja, wie du schon sagtest, ich hab das Ei fallen lassen, ich bin gestorben. Ich hab mich voll erschreckt, ey. Ich wollte eigentlich nur das Material dahin legen. War okay. Sehr schön. Das freut mich. Wenn Benno jetzt noch die Leichen mitnimmt, dann gibt es weniger Strafe. Ich glaub nicht, dass er weiß, dass man die Leichen mitnehmen kann. Ja, wie gesagt, das war ein Überraschungsein, da kann vieles drin sein. Ja, aber ich wollte es eigentlich nur hinlegen. Dass ich das öffne beim fallen lassen, hätte ich jetzt nicht gedacht. Na ja, drin war der Tod. Upsi. Mh. Oh. Doch, oh, doch, doch. Genau, ist verfallen lassen. Scheiß auf mein Team. Naja, ist ja quasi egal, oder? Euch trage ich nicht ganz zurück. Ja. Tod ist tot. Erstmal ankommen, stimmt. Das dauert immer so ein paar Tage, ne. Ja, freut mich, finde ich. Vor allem, dass endlich diese Misere vorbei ist, ne. Oh, 55 nur. Weiß ich nicht, dass die Leiche reichen würde, in dem Fall. Ich glaub, für die Leiche kriegt man nicht viel. Schade. Ich dachte, das könnte klappen. Ich bin mal gespannt, ich mein, es waren drei. Ne, wenn die Leichen, damit kriegst du, wie gesagt, kriegst du keine Strafe denn. Weil sonst... Ah. Ne, koffe. Sonst ziehen wir dir nämlich Geld ab. Ich wurde vercollected. Ich könnte nicht mal sagen. Ja, wir brauchen unbedingt die Taschenabit. Zumindest, wenn einer erst mal willst, der eine hat. Und dann am besten, am besten zusammenbleiben zu Anfang. Da könnte man, Benno hat Angst. Bei mir ist die gar keine Beschreibung. Hallo. Hallo. Ah, da. 40% Abzug. Oh, oh. Den verwiesen, lad ich damit genommen. Ja, ich glaub, wir haben verkackt. Ne, wir haben 160. Aber? Ja, wir haben 160. Oh, geil. Geil. Das ist ja auch. Vielleicht hätten sie so das eine Zahnrad gehabt. Heißt, wir können jetzt auf den Planeten noch gehen, oder wir gehen ab. Dazu müssen wir eigentlich noch überleben, wenigstens, damit man abgeben kann. Ich wollte gerade sagen. War das nicht schon Level 3? Also ich meine, wir müssen heute schon abgeben. Ne, das war jetzt der vierte Planet. Bist du dir sicher? Ach, hier kannst du die Tür öffnen. Ja. Ja, im All nicht. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.